Hi ihr Lieben, kennst du das auch? Man kommt ins Badezimmer rein, Schrank auf und da stehen Unmengen von Fläschchen rum. Deos, Parfüms, Hautcremes, Handcremes und so weiter oder Shampooflaschen ohne Ende. Bei mir sammelt sich auch immer wieder was an und dann denke ich immer, brauchst du die ganzen Sachen, zig Shampooflaschen, zig Seifenstückchen und dann habe ich angefangen auszumisten und einfach mal zu gucken, was nutzt du, was brauchst du und auf was kannst du so gar nicht verzichten. Ich will euch heute drei Dinge vorstellen, die mein Leben einfach bereichert haben, die ich toll finde, die ich total feiere und zwar als allererstes ein Rasierhobel. Hört sich jetzt total abgespaced an, als ob man irgendwas heraushobeln will, aber so ist das gar nicht. Also früher war das immer so, ich habe mir einmal Rasierer gekauft, paar Tage gebraucht, weggeschmissen. Da fällt so viel Müll an. Jetzt habe ich seit ein paar Wochen diesen Rasierhobel und ich bin mir sicher, dass ich den bis ans Lebensende gebrauchen werde und der nicht kaputt geht, weil der ziemlich robust ist. Man schraubt das Ding auf, setzt eine neue Klinge rein und fertig. Ich habe mir die Klingen im 100er Pack bei Amazon gekauft, für 10 Euro oder so. Das Coole, man muss beim Rasieren nicht hundertmal über die gleiche Stelle fahren. Man ist viel schneller fertig mit Rasieren. Man kauft sich das Ding einmal, einmal und auf die Dauer gesehen gibt man einfach nicht so viel Kohle aus. Man muss den Rasierer in einem bestimmten Winkel halten. Wenn man den Dreh raus hat, ist es ganz einfach. Ich musste auch erstmal üben. Und zum Rasieren benutze ich keinen Rasierschaum, sondern Seife. Das geht auch wunderbar. Da braucht man nicht extra Rasierschaum kaufen. Mein zweiter Favorit ist die Deocreme. In vielen Deos ist immer noch Aluminium drin oder andere Zusatzstoffe, die meiner Meinung nach da gar nicht reingehören. Ich habe damals bei Amazon eine Deocreme gefunden, wo in der Beschreibung steht, dass in der Deocreme kein Alkohol, Aluminium und Alaun ist. Weiß jemand von euch, wie man das ausspricht? Alaun oder Alaun? Schreibt es mal in die Kommentare. Und dann habe ich gegoogelt, was das überhaupt ist. Und bei Wikipedia da steht, Alaun wurde früher nur das kristallisierte, wasserhaltige Schwefelsäure Doppelsalz von Kalium und Aluminium genannt. Man weiß manchmal gar nicht so, was da drin ist, was jetzt gut und was schlecht ist. Okay, zurück zu Deocreme. Man muss, man nimmt sich einfach mit zwei Fingern was raus und schmiert es unter die Achseln. Und ich finde, die schützt genauso vor Geruchsbildung und Schweiß wie ein Aluminiumdeo. Was ja die meisten nicht wissen, also dass es überhaupt nicht gesund ist und dass Aluminiumdeo sogar Brustkrebs auslösen kann. Dann Haarseife. Ich bin ein absoluter Fan davon. Ich brauche keine Shampooflaschen mehr. So viele Shampooflaschen. Ich benutze auch so sehr wenig Shampoo, muss ich sagen. Ich habe auch so nicht viel Shampooflaschen bei mir zu Hause stehen. Wenn ich so in anderen Haushalten gucke oder bei Freunden, da stehen viel, viel mehr Shampooflaschen rum als bei mir. Weil ich einfach meistens immer so die eine Sorte kaufe, die ich gut finde, die verbrauche ich und dann gehe ich halt zur nächsten. Jetzt habe ich die Haarseife entdeckt. Die Haarseife habe ich beim Reformhaus gekauft. Ja, man seift sich die Hände sozusagen ein, schmiert sich das schön in die Haare. Es sind keine schlechten Zusatzstoffe. Es sind keine, es sind keine Zusatzstoffe drin, die schlecht sind für die Haare. Es sind einfach nur gesunde Inhaltsstoffe drin. Und man weiß genau, was da drin ist. Schalt mal, ob ihr mehr Videos in dem Format sehen wollt, welche Dinge ich besonders liebe und die nicht so viel Müll produzieren und ob ihr sowas überhaupt sehen wollt. Würde mich freuen, wenn du ein Like da lässt, abonnierst und ganz wichtig die Glocke drücken und bis zum nächsten Video. Ciao!